Ah, sie sind abgekriegt. Warum sind die Spiele? Sie sind abgekriegt. Perfekt. Manchmal ist es, glaube ich, einfach gut, einfach weiterzumachen, ne? Das ist übrigens die Scheune in dich rein, du hier, Alex. In die hier? Ja, ja. Ich lauf in die Stadt rein. Ich bin nicht weitergekommen. Mal checken, ob hier wirklich keiner landet. Hab keinen gesehen, gerade auf dem zurückgucken. Die stratzen gerade alle auf der Straße. Drei Typen. Radek-Modus engaged. Haben wir sie ja verfolgreich vertrieben. Rucksack, Weste, Helm, alles klar. Ist auch geil, dass du ein Magazin-Attachment ranpackst. An die Waffe, aber er nicht durchladen muss, danach. Das irgendwie dieses Schnellzugriff ist. Also, Quick-Things-Magazin. Kann aber jederzeit hier einer ankommen, ne? Bin ready, hab ne Pistole. Ja. Ja, ich hab auch Pistole mit Schalldämpfer und Weste Stufe 2 und Helm. Ah, ich bin das bis hier schon drin, okay. Ist willkommen, ich werd so Kack-Loot haben. Die Leute, ist das echt scheiße hier. Ich hab safe an der einen Hütte bei der Straße einfach. Weiß ich nicht. 20 AKs gefunden. Ja. Ich hab nur Scheiße. Ich war bei Georg in Polen in den Häusern, wo das immer landet. Zwei AKs, drei Shotguns, ne UMP, ne Uzi, tausend Waffen einfach drin. Okay, hier ist jetzt auch ne UMP und ein M16. Er ist trocken. Er ist in der Tatron. Hochzeigstufe 2 bei mir hier in der Autowerkstatt noch. Helm, Level 3. Toll. Ich hab noch Level 2 wärst du bei mir hier. Hier ist noch Level 1 bei mir Autowerkstatt. Oh, AK. Sehr schön. Wer wärst du bei dir? Die hol ich gleich. Jupp, bei mir. Ist aber Stufe 1, ne? Bei mir ist 2. Warte, ich mag die auf der Map mit Grün. Hä, seit wann ist die Map nicht mehr ausgerichtet, da wo man ist gerade? So. Oh, Stufe 3 Helm. Alles klar. Praktisches Lager nehm ich mal mit für jemanden. Ja, das ist geil. Ich hab noch ein Red Dog. Es gibt noch ein Gott. Keine Ahnung, wo ihr aber schon wart. Wahrscheinlich überall. Das die Tür mal auf. Wahrscheinlich überall. Die ganze Map genutet in 30 Sekunden. Wir sind sogar noch im Kreis. Hier ist ja wirklich nicht viel. Der Kreis ist auch nicht geil. Wir gehen aber eigentlich nicht zum Rückgewichtslagen, oder? Der Kreis ist auch nicht geil. Der Kreis ist cool. Ich dropp einfach mal. Boah, hab ich wieder trocken, ey. Es vibriert auf einmal mein Handy hier auf meinem Rechner. Ähm. Warte ich hier schon, wo ich bin? Wahrscheinlich, ne? Wo bist denn du? Ich? Ich war da... Ich war da... Obwohl, weiß ich nicht. Ja, wo du bist, waren wir noch nicht. Da könnten wir... Alles vergessen. Alles ausgeblendet. Alzheimer. Stasis. Typhoon. Korkut. Alter. Typhoon. Korkut. Alleine, dass er auch ganz trocken gesagt hat, die Mannschaft kennt die Situation noch nicht, deswegen spielt sie auch nicht gut. Oh gut. Als Profi... Kennen wir nicht. Ja, als Profi könnte man da vielleicht auch mit rechnen einfach. Kennt die Situation nicht. Nicht. Jetzt soll sich mal angucken, was so eine Mannschaft der hat, ey. Vogel. So, der fährt ich ja, ne? Auch zur Brücke dann, Richtung Brücke, zu uns also. Leu, was ist das denn da unten? Ist ja lustig. Was sieht dein Elbenauge? Hier ist so eine kleine Insel bei mir und da ist so ein kleines, abgesperrtes, abgestellter Bereich mit, ähm, Zaun. Ja, mit so einem Wachtturm drauf. Ja, ja. Ja, der ist ja schon ewig. Hab ich noch nie gesehen. Alex, entdeck die Map. Abgesperter Bereich. E2 wärst du bei mir. Noch eine C2 wärst du bei mir. Du musst auf zum Spew. Wir müssen zur Brücke, schnell. Nein. Wir sind in dem Kreis sogar noch drin. Nicht der Kreis, aber sonst kommen die Leute mit dem Military Loot vor uns an. Da kommen die Leute von Dingsbums da noch. Wir wollen die abfischen, weißt du, auf der Brücke. Ja, ist das Flugzeug überhaupt lang geflogen? Nein, das Flugzeug ist von quasi Primorsk. Das Flugzeug ist so geflogen wie der blaue Marker jetzt. Ja, ist da ja keiner. Boah, da werden welche hingegangen sein, denk ich mal. In Squats glaub ich nicht, dass da mal ein großer hinfährt. Dauert 1000 Stunden. Ich weiß, man muss ein Vierer Auto finden. No. Oder zwei Zweier. Oder Motorrad, wenn du nur zu dritt bist. Stimmt. Oder zwei Bungys. Bungys? Bungys, ja. Dann nochmal zu diesen beiden Gebäuden hier an der Straße. Lass mich rein. Und war das drin? Nö. Natürlich nicht. Die Bienen. Schieb ihn bitte. Okay, auf die Brücke. Das Video, ey. Habt ihr irgendwas da, ne? Ihr habt einigermaßen gute Sachen, oder? Nö, Stufe 2. Stufe 3 Rucksack. Dann ist keiner spürnig spielen und ne vierfach Visieren. Erst dann geht der Monitor an. Ja. Dann geht der Monitor an, ne. Alter, ey. Na schotty. Nervt das manchmal. Geräusche bei mir, ey. Sina kriecht durch die Wohnung. Scheiß Wackelkontakt irgendwo. Im Kopf? Du, 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 du. Wollen wir das Haus links auch versuchen hier? Ja, ne? Try it. Go. Aber hier ist noch alles zu. Abstiegskampf. Ja. 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 es gab lieblingswaffe wie kein visier machen kann deswegen auch schleierhaft aber naja wenn ich seit beim leuchtturm ist nämlich splittet leute der schaden vom kreis ist übrigens an die spielerzahl gekoppelt das heißt was soll das heißen gekoppelt ja je weniger spieler es noch gibt desto mehr der mitsch macht der kreis ja mal zu zweifeln ja das ist aber vom entwickler so herausgegeben worden fake news trump von breitbart bockstum zu machen tankstelle habe ich durch da war nix wirklich drin häuser waren wir ja dann können also eigentlich weiterlaufen hier zu den gelben häusern grüner marka taxis macht er mit dem motorrad straßensperre mit dem motorrad mach dich effektiv ich hab noch einen visier abzugeben holo stell das hier ab und setz mich auf den beifahrersitz kommen wir zu uns lieber wir haben wahrscheinlich gleich den ersten fight wenn wir da zurückgehen nicht von dann nicht uns verraten hier weggesnipedreifen ach das ist wie das wir hier sind links auf dem feld hier die hütten sind auf hütten titen na dann wird oben bei gelb lassen der spielt wie early boy breezer early bird early boy nicht der gleichen headshot ich komme hier nicht hoch dieses texturen flimmern lässt manche sachen echt aussehen die leute hier ist auf ja sturmflut reinfahren hinter dir dann da links langlaufen wo ihr seid an den hügel weißt du vielleicht können wir die umlaufen wo sind wir gut wegen der munition brauchst du denn wir die Warte, 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 warte. Mein Trap-Moped da gestellt. Die vier dran. Die Hütte hier, da war anscheinend niemand. Schauen wir das mal. Hocken sie alle drin. Ja, vermutlich. Hier ist noch ein Red Dot. Ach, nice. Hier auf den Hügel könnt ihr irgendwo hocken, ne? Hocken, die haben Hocken. Da unten alles, da unten ist zu noch, ne, da ist auch auf. Die roten Häuser wären keinem Spot. Ja, da ist auch links die Tür auf, ganz links, ne? Auch irgendwer noch eine normale Optik, kein Magnifier. Ne, Magnifier hat ja eh keiner. Also entweder die roten Häuser oder die Schlachthallen da hinten. Okay, wir können nach Norden weg. Warum ich das jetzt, warum wir das jetzt Schlachthallen genannt haben, weiß ich nicht. Wir werden zu dem anderen Berg da rüber. Ich will noch heute so viele Häuser, wie es geht, wegen Heilung, ne? Also wir sind relativ, der kann sich locker noch hierhin verlagern. Der hat sich irgendwie die Mitte zu lernen, das ist nicht immer... Eben. Naja, aber ohne Loot... Also wie gesagt, der Sinn dahinter ist, wir haben nichts zum Heilen, wir brauchen was zu heilen, wenn wir kämpfen wollen. Und wenn wir jetzt hier warten, kriegen wir nichts zu heilen. Aber wir wussten hier in der Nähe irgendwo was zu looten, außer in Potschenki. Genau, nirgendswo. Außer wir gehen nach da, wo jetzt der grüne Marker ist vielleicht noch. Ich würde es ja in die Mission machen, die Leute, die die roten Häuser hier gelootet haben, umzubringen und deren Loot zu klauen. Wir können es versuchen, aber ohne Heilung ist das schwer. Ich habe wirklich nichts zum Heilen, ne? Wirklich null. Assassinieren. Komm zu mir, komm zu mir. Wenn du nicht gehettet wirst, brauchst du dich nicht heilen. Dennis, guckst du bitte ein bisschen Richtung 210, so, dass von der Brücke aus da nicht unbedingt was kommt. Das offene Feld da rechts in dir kann ich nämlich schön einsehen. Meine Position von uns ist hier eigentlich ganz gut an dem Hügel, oder? Ja, eigentlich schon. Offenes Feld haben wir, sehen wir alles. Ja, die werden da unten irgendwo sein, bei den roten Häusern, wenn da die Türen zu sind, auch bei anderen Häusern. Meinst du? Ich glaube nicht. Ja, es ist eine Tür auf und alle anderen Türen sind zu. Hier ist typischer halt, ne? Hey. Schade, dass man sich nicht nachträglich nochmal die Spiele angucken kann, wo alle waren und so. Und was kommt noch rein? Warum hat niemand von uns einen Wallhack, das wäre so viel einfacher jetzt? Ja. Musst du mit Seeky spielen? Daisy. Von der die immer sagen, ja hinter dem Hügel 400 Meter rechts, da ist irgendwo ein Gegner. Wahrscheinlich. Ich habe einen Schuss gehört. Weißt du, einen Schuss irgendwie, den du... Der müsste von 83 Berghang abprallen und würde dann ungefähr mit 0,06 Dezibel ankommen. Auto. Habe ich gehört. Warum ist er noch nicht gepackt? Links Auto. Süd-Osten. Süd-Osten ist für euch links, wie geht ihr? Hä? Süd-Osten ist ein Berg. Ach da, zwei. Ja, zwei Autos rüber. Ich raub mich mal dahin. Das sind getrenntet. Das eine hält, glaube ich, an. Ja, ich raub mich mal dahin. Ich will dahin. Ja, das eine hält an. Das fährt wieder zurück. Ja, was macht das andere? Fährt wieder zurück? Fährt es zu uns oder? Die stehen da jetzt. Die sind an den Steinen. Liegen da rum. Boah, ich schieß auf die, oder? Ja, kommen wir. Ja, los. Ich habe gerade ein Auto zur Tankstelle gefahren. Der fährt hinter uns alle hier. Westlich. Einer ist jetzt gestorben. Nee. Doch. Nein. Der war schon rausgenommen. Ach, der war rausgenommen. Okay. Ich habe jetzt die Autos zu erschießen und die explodiert sind die tot. So, die Autos in die Luft waren. Ja. Richtig assi. Oh. Alter, ich habe einem so einen Pixel-Headshot gegeben. Schuss irgendwo rechts, glaube ich, oder? Von Westen, glaube ich, oder? Ja, Nordwesten ballert ein Motorrad übers Feld. Das wurde beschossen. Fährt da jetzt den Berg hoch rechts. Krank da irgendwie mit 800 kmh lang. Oh, die haben eine AWM. Da sind zwei bei dem... Sehen leider nicht. Bei dem Bosch da. Bei dem Stein, meine ich. Einer ist noch knockout. Okay, dann lasst sie wieder. Wir haben die unter Druck gesetzt. Die haben jetzt Stress da. Wir müssen uns jetzt auch... Ich versuche mich Richtung gelbe Häuser zu nähern ein bisschen. Ja, offenes Feld ist halt Stress irgendwie. Na, ich muss mal verarzten hier. Offenes Feld ist oben beim Hügel, wo der Wald anfängt, sind die. Ja, ja. Die sehen uns hier nicht, wenn sie... Ich habe einen Achterscope, fällt mir gerade ein. Tankstelle ist auch irgendwas los. Noch ein Auto bei uns? Hinter uns, hinter uns. Ja. Ja, hält auch an. Fährt weiter, oder? Ja, fährt weiter. Ja. Fährt zum Airdrop. Ja, das kann er machen. Wer lebt denn da jetzt noch unter dem Stein? Ich habe es nicht alles nicht so ganz mitbekommen. Zwei Typen. Einer ist jetzt gestorben, aber der war weiter links, den ich nicht ausgemacht habe. Rechts von den Autos sind die kleinen Hügel, der da ist. Habe ich einmal getippt? Hast du Schießt-Wartig gemacht? Ja, ja. Ja, der ist jetzt da irgendwo hinter der Klippe. Kann sein, dass das der Einzige war. Ich sage, ich kriege noch Schuss. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich sehe, du hast freien Blick von hier auf den Airdrop, mit einem 8-fach. Ja, ich habe nur noch 14 Schuss. Ah, egal. Dann scheiß drauf. Ja, wir müssen den Loot ja eh holen. Wir brauchen das, was da liegt. Also da sind echt richtig viele Leute gestorben. Und das ist auch eine Pornoposi. Und ein AWM ist dabei. Der ist irgendwo da bei 150, die Steine runter. Ja, ich sehe ihn. Am Hang. Ich habe einen Pixel von ihm gesehen. Der ist da. Der Mann, auch ist er nicht runtergefallen oder so. Ich gebe dir Deckung, wie gesagt. Spreaden. Oh, oh, der geht auf mich. Hast du zwei? Einer ausgenommen? Ja, einer ging auf mich. Der hat Fokus auf mich gehabt. Gebt mir Cover. Lasst sie nicht schießen. Gehen Deckung, dieser. Wir kommen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Tot, Insta. Okay, jetzt gucken, was die hatten. Wir brauchen Heilung. Nice. Ich gebe zu den Alarm. Mad Kid. Er hat hier 7,6. Ja, nehme ich mal mit, weil ich die Sniper von ihm mitgenommen habe. Hat jemand eine Sniper von uns? Ja, ich habe eine Sniper. Ja, habe ich. Ich habe die SKS mitgenommen. Willst du die First Aids? Ähm, was wollte ich schon sagen? Ex der? Ja, ich nehme mir mal die. Warte, fange ich mir gleich ein. Ich lade gerade nach. Ja, mach mal. Schön gespielt, Junge. Schön gespielt. So, wer hat denn das Suppressor? Der eine, der Pixel-Headshot, die habe ich gesehen auf dem einen. Der kam nur hoch und dann ist ja direkt wieder alles klar. Der liegt dann auch. Wo? Wo liegt der? Da, wo du ihn warst. Da war ein Suppressor drin? War ein Suppressor, ja, für den Sniper Rifle. Ich wusste die Leiche von dem Typen. Oder irgendwas für den Sniper Rifle, meine ich. Ne, er ist nicht da. Voll. Hier ist Moni für die M16. Nicht alle jetzt komplett hier rum. Guckt mal, wird alle von euch auf jeden Suppressor eingesammelt für Sniper Rifle? Nein, ich habe nur eine SKS eingesammelt. Ich habe einen Suppressor von der Sniper Rifle. Die habe ich schon vorher eingesammelt. Meint auch ihn hier. Ach, hier. Wo ist der, wo ich bin? Der hier. Achso, das ist noch einer. Der hat eine SKS, ja. Die habe ich jetzt. Ja, alles gut. Das heißt, die habe ich jetzt. Die hatte ich vorher, ich habe immer die genommen. Aber hier liegen noch 100 Schoss, wenn du brauchst. Nix leer. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Wir sind jetzt immer gut ausgestattet, oder? Ich habe unmenschlich viel Medi-Zeug, ja. Sehr gut, sehr gut. Das war das Wichtige. Ich habe eins, eins, eins. Na, dann kannst du nichts von mir welche. Ich habe gerade vier aufgehoben. Bei der Tankstelle war halt ein Adler. Ich habe ein Med-Kit, zwei Erste-Hilfe, drei Pain-Killen und ein Energy-Drink. Lass mal wieder auf den Berg und die hässlichen da weg, wo die wir jetzt schießen. Okay, Risa, du kriegst noch von den Med-Packs. Ja, okay. Links Schüsse irgendwo. Vermutlich gelbe Häuser in die Richtung. Aufpassen. Ja, da war der Adler. Okay, ich komme mal wieder zurück. Hinter. Ich komme mal wieder zurück. Oh Gott, die Autos. Das sind beide kaputt, oder? Hast du beide Autos gekauft? Ja, die... Ich würde damit nicht mehr mitfahren, weil ich ehrlich bin. Oh ne, eins, ich habe auch. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Dinge... In der gelben Stadt, oder? Ich kippe an die Rocks, ja. 30 Grad nordöstlich habe ich einen Laufen sehen. Ziemlich weit weg. Binnen auf dem Berg. Ja, da an die Steinchen. Wo ist der nächste Kreis? Aber wir müssen eh laufen, Leute. Ja. Sollten wir jetzt tun. Vielleicht über den Berg rüber. Laufen oder Autos nehmen? Ne, laufen. Was? Über den Berg rechts und dann nach links. Knallen wir kurz in Energy rein. Bei 15, zwischen 15 und 30 habe ich aber Schüsse gehört. Also einen richtigen Firefighter hat irgendein Squad jetzt gewonnen. Okay. Wo? 15? Über den Berg hier rüber. Da ist offenes Feld, aber Firefighter sind diese Häuser noch weiter weg. Lass uns darüber gucken mal, was wir sehen. Oh, knapp. Eine Minute. Anderthalb. Irgendwo 2,55 oder so kämpft auf jeden Fall. Das ist aber auf jeden Fall Krieg. Aber das ist die SKS, ey. Die klingt teilweise echt wie die AWM. Oh, hier geht's ab. Sehr close. Sehr in den Häusern drin. Dann dreht leicht nach links weg. Ja, wir lassen die, oder? Ja, ja. Ich sehe einen tatsächlich. Wir können noch Richtung gelbe Häuser und gucken, ob wir bei der Bank hier dann noch was sind. Ja, links von uns aber Gegner. Ja, komm, wir lassen die in den Häusern. Wir gehen weiter links. In den gelben Häuser? Du hast ja eine Suppress der SKS, ne? Könntest du machen, was du willst? Äh, Tanke? Ne, wir müssen noch weiter nach Nordwesten, oder? Ja, ich weiß, aber willst du da mitten über das Tal laufen? Ne, auf der anderen Seite ist doch ein Berg, glaube ich, oder? Hast du jetzt die Suppress der SKS? Ja, ja. Das ist leer. Okay, gut. Da kannst du eigentlich schießen, wohin du willst. Also hier, wo ich jetzt hin den Pfeil mache, da ist ein Berg mit Wäldern. Da könnten wir, glaube ich, gut hin. Es ist zwar ein bisschen Weg mit offenes Feld, aber es wäre... Ah, da können wir die Länge jetzt mal töten. Überall Schüsse hier, was ist denn das heute? Ich sehe einen, auf der Straße. Ja, beim Morden. Ja, ich konnte nicht. Der war bei 2,40 von meiner Position aus. Der ist jetzt auf die linke Seite der Straße, wenn ihr in die Richtung guckt. Der will in den Einsteigen, oder? Wenn er einsteigt, schieße ich. Er steigt nicht ein. Also ich stehe aus, weil ich, ja? Ich stehe jetzt 255 Grad. Ja. Ich stehe. Boah, leck. Ausgenommen, den auf dem Moped. Ja. Wir müssen laufen. Komm, komm mit. Wir gehen Richtung Norden, einfach straight. Wir wollen ihn. Der mit SKS ist los, links, Dima. Ausgenommen, ausgenommen, ausgenommen. Was lauft? Er hat genug geschossen. Ja. Er ist gleich da. Ja, der ist gedauert, sehr gut. Der ist genau hinterbauen. Ich habe auch beide Kills bekommen. Okay, auf den Berg darüber, dann. Schöner Kampf, Junge. Schöner Kampf. Weitermachen. Nicht aufs auf das Feld, laufen wir eher nach Norden. Wir wollen zum Berg. Okay, die Zone hittet mich auf jeden Fall. Na, die geht aber noch, oder? Alter, das ist... Auto. Von rechts. Das wird jetzt eklig. Für uns. In der Zone erstmal. Die Zone, wir versuchen jetzt ins Maisfeld zu kommen, da. Gießen. Das kommt doch aus der Zone, oder nicht? Direkt Feuer öffnen auf das Auto. Völlige Eskalation. Ein noch mehr noch genockt. Alter. Pundi, gönnend. Einer wird gekillt. Irgendwer schießt auf uns. Ja, vom Berg, vom Berg. Oben, vom Berg, oben, ja. Die Pfade hat mich am Leben gehalten. Das ist das. Get down, get downed. Fuck, ich wurde halt getroffen. ETF, ey. Nein, tötet sich nicht. Kannst du noch zu mir kommen? Nee, ich versuch's. Ich hab noch einen schon. Nee, ich schaff mir tot. Fuck, hattest du was? Die Pfade, hast du es? Ja, ich hätt mit... Cat. Fick, Cat. Kit. Ich müsste mich heilen. Wieso, ich versuch's in das Auto zu kommen, um es teilen. Kann sein, dass ich nichts schaffe. Die haben selber Beschuss oben, glaub ich. Ja, die schießen aber immer noch auf uns. Komm. Alter. Holy. Ja, rechts feuert auch irgendwo. Aber wir haben jetzt was rechts feuert. Railgun oder so. Teil des Railgun. Was hat explodiert? Oh, fuck. Wieso ist es denn jetzt safe und wo nicht? Hier oben bei mir ist... Nichts für sich, ja. Hier ist zumindest... Wir müssen es auf dem Sitz flitten. Ja, von rechts irgendwo. Irgendwo von rechts. Alter. Nein, der sitzt da irgendwo in der Ecke. Ja, ich bleib hier auch sitzen. Ich sitz in der Zone. Ja, bleib sitzen, das ist gut. Alter, ich viele Leute. Du bist ja meine rechte Flanke sehen, Dennis. Ja, aber so... Du kannst mich... Da sind's ja rechts. Auf Nordosten waren das die, die mich beschossen haben. Aber wenn ich einmal hochkomme, klickt mich die AWM weg von da oben. Der schießt auf die AWM, Dennis. Du liegst die AWM? Nee, alles gut, der schießt auf die. Wie schlecht der Typ ist mit der AWM. Der hat gleich keiner schossen, ja. Ja, deswegen lassen sie sich schlecht. Ich hab nur gesehen, die AK, die mitten im Flughaus im Leben genockt wurden. Links sind auch welche. Die mit dem Auto wurden ja so gelöscht. Da hinten crouched einer lang. Ich wär hinten früher gestorben. Der hat mir einmal, wie gesagt, in die Pfanne geschossen. Die sind überall gerade. Mir wurde auch einmal in die Pfanne geschossen gerade. Die ist so gut. Einfach mal beten, dass ich jetzt in der nächsten Zone bin. Das wär so heftig. Das wär ebisch. Oh, Alter, da geht's halt. Oh, Alter. Typen über dir rennen den Berg links von dir, Dodo. Hä, wie viel sind denn das? Das sind mehr als von dir. Die werden dich gleich sehen können, Dodo. Ja, ich weiß. Ich kann die gerade nicht sehen, Dodo. Ich kann dir nicht helfen. Ja, gehen weiter nach rechts genauso. Das ist perfekt. Ganz weit weg da. Am Rand, in der Sicht. Neu! Ich kann durch den Stein durchgucken. Neu, stimmt. Wenn du durchgucken kannst, kannst du auch durchschießen. Da rechts oben siehst du den Krabbeln da? Ja, 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 sehe ich, sehe ich. Der ist gleich tot. Na, der knocked aus jetzt. Ist doch jetzt Wallhack ausgepackt. Ich reiz die Zeit mal ein bisschen aus. Links von mir war mich einer hinter mir. In den Bischen könnt ihr überall hinhocken, ne? Naja, ich will gleich... Ich schmeiß da noch nen Penkeller rein und dann abwarte. Hast du noch ne Smoke? Ne, ne? Ne, hab ich eben schon geused. Zwölf noch. Da ist einer weggerannt. Zehn außer uns. Das Ding ist, da hinten liegt halt einer am Gras. Der ist richtig eklig. Ja. Nordwestlich. 300 Grad. Das könnte auch ein Motorrad sein, dass er versteht. Ich glaube, da stand ein Motorrad vorhin auch, in der Richtung. Kann auch ein Motorrad sein. Nein, das könnte auch ein Motorrad sein, statt ein Spieler. Nehmen wir jetzt Penkeller. Ich weiß ja nicht, was mit rechts oben mehr, ne? Geht an den Berg lang. Guck mal, links ist doch... Da sind so Klippen, da könnt ihr unten langlaufen. Dann habt ihr die von oben nicht. Ja, das Motorrad. Ja, das ist nur ein Auto. Das ist kein... Der Typ da hinten regt mich auf. Stratz jetzt näher an die Klippen, Dennis. Und die, die rüber laufen. Okay. Lauf da an den Klippen lang, die du siehst. Was? Der hat überlebt. Der hat überlebt. Überall auf ne... Du musst gleich ins Maisfeld zu kommen. Du musst, du musst, du musst. Nein. Nein, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Doch. Nein. Links ist noch einer. Hast du gesehen, den Baum? Aus Kindock. Mitten im Feld. Was ist das jetzt? Ich schieß, ich schieß. Ich fange auf mit dir. Nice. Lass die liegen, lass die liegen. Ganz einfach. Alle tot. Was ist mit dir? Bei mir aimt der einfach in den Boden. Oh fuck. Das kriegt Geschisse. Renn, 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 renn. Da rechts. Nächstes... Ja, versuch rechts irgendwie noch. Oh Gott, das ist noch einer. Da ist noch einer auf dem Berg. Ah, schade. Alter, wo kommt der denn her? Ah, das war ein T3 Loot, was die alles hatten, ne? Alter, ey. Wie sich das dann aber auch zusammengezogen hat. Aus allen Richtungen. Aber gar nicht mal so schlecht. Platz 4. Ja, das war in Ordnung. War echt gut. WTF, ey. Der auf dem Feld da. Wenn auch wichtiger als die Platzierung ist, der Fun in der Runde. Der war ja gerade echt gut. Der liegt zu uns im Auto. Dann hätten wir uns nicht bewegen müssen. Ja.